So, wir haben mittlerweile auch ein Flipchart. Also wenn ich einen Lightning Talk ankündigen will, darf das hier tun. Ich stelle das besser nach vorne. Stifte gibt es auch bei mir. Und ich darf schon den nächsten Gast auf die Bühne bitten. Und zwar ist das Ramon Uitobro. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. Ramon spricht Spanisch, Deutsch, Englisch und noch ein paar weitere Programmiersprachen. Das ist allerdings nicht ganz sein Thema heute. Sein Thema heute ist, was man denn als Programmierer lernt, wenn man anderen, nämlich Kindern, das Programmieren beibringt. Ein höchst spannendes Thema. Knüpft auch ein bisschen an das an, was du gesagt hast. Es sollten mehr Menschen die Möglichkeit haben, mit den Dingen zu arbeiten und sie zu verstehen. Und damit darf ich auch schon an dich übergeben. So, wir laden noch die Präsentation runter. Wunderbar, da ist sie schon. Ich könnte jetzt schlechte Witze erzählen. Ich erspare es euch besser. Gibt es einen Präsentationen-Modus? Na wunderbar, da sind wir schon. Ja, hallo. Noch nicht? Noch nicht? Okay. Jetzt. Ich werde sie heute mitmachern. Vielen Dank.